Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa'u salli wa'u sallim ala nabiyinamu ala alihi wa sahibu ajma'in im Namen Allahs des Allatamas, des Barmherzigen Gottes Segen und Heil sein auf unseren Propheten Muhammad und auf allen denjenigen, die in seine Volksstapfen treten, bis an den Tag, an dem niemand für die Sünde einer anderen Person aufkommen kann. Wir sind, wie auch letzte Woche, immer noch bei Surat al-Baqarah, die zweite Surat des Koran, übersetzt, die Kuh. Und die heutigen Verse, bei denen wir Allahs des Allatamas darum bitten, dass er uns vom Verständnis vom Koran eröffnet, sind die Verse 25 und folgende. Und verkünde denen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden, durch eilt von Bächen, jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden, doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Und darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen und ewig werden sie darin bleiben. Dann sagt Allah, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Was nur diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit Recht, doch lässt er damit nur die Frevler in die Irre gehen. Die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll und auf der Erde Unheil stiften, das sind die Verlierer. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns Gleichnisse gegeben hat und uns das üble Ende der ungläubigen Menschen mitgeteilt hat, gibt er uns jetzt die frohe Botschaft des Paradieses für diejenigen, die Glauben und Recht schaffen, eine Werke tun als Ausgleich. Denn man findet im Koran sehr, sehr oft den Ausgleich, dass Allah einem etwas schmackhaft machen möchte und den Ausgleich davon, dass Allah androht. Diese Gleichgewichtung gibt es im Koran sehr, sehr oft. Zum Beispiel auch, er vergibt, wen er will und bestraft, wen er will. Er spricht, was diejenigen erhalten, die glauben, gute Werke tun. Und dann sagt er, was diejenigen, die Ungläubig sind, für eine Strafe erwartet. Und manchmal auch umgekehrt. Manchmal beginnt er mit denjenigen, was die Strafe der Ungläubigen ist und dann sagt er im Gegenzug, was die Strafe oder was die Belohnung der Gläubigen ist. Versuchen. Und er sagt, verkünde denen, die Glauben und rechtsschaffende Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden. Die Glauben und rechtsschaffende Werke tun, der Glaube hier, der Ikhlas, die Aufrichtigkeit in der Religion, das ist der entscheidende Teil. Denn keine Tat, keine Tat wird von Allah angenommen, wenn sie nicht für ihn gemacht worden ist. Das nennt man Ikhlas. Und rechtsschaffende Werke tun, hier ist der Beleg dafür, oder die Antwort auf diejenigen Menschen, die gesagt haben, dass man das Glaube alleine reicht. Oder andere, die Mehrheit der Atheisten und der nicht-religiösen Menschen, die sagen, man muss nur gute Werke tun, dann ist man gerettet. Das ist alles Quatsch. Bei Allah gibt es andere Maßstäbe. Die Maßstäbe bei Allah sind festgelegt. Wenn du ins Paradies kommen willst, musst du glauben und gute Werke tun. Musst du beides machen. Also, Und bei den rechtsschaffenden Werken, was sind rechtsschaffende Werke? Rechtsschaffende Werke erkennen wir daran, genau wie der Prophet s.a.w. sie vorgelebt hat oder vorgemacht hat. Eine rechtsschaffende Tat ist das, was Allah und sein Gesandter mögen. Oder was Allah s.a.w. angeordnet hat oder sein Gesandter s.a.w. angeordnet hat. Und da brauchen wir bei den rechtsschaffenden Werken Mutaba'ah. Das heißt, nachmachen. Absolutes Nachmachen. Es gibt keine andere Möglichkeit als gute Werke. Denn Allah s.a.w. hat seinen Propheten geschickt, um uns zu zeigen, was die guten Werke sind, die Allah sehen möchte. Und umso gefährlicher ist es, in diesem Bereich, im Bereich der guten Werke, etwas zu erfinden oder Neues zu erdichten. Denn der Prophet s.a.w. hat gesagt, Das heißt, derjenige, der eine Tat macht, die nicht im Einklang ist mit dem, was wir tun, die wird zurückgeworfen. Die wird verworfen. Die wird verworfen. Deswegen in den Gottesdiensten oder in den guten Taten, die guten Taten selbst, was mag Allah, was mag er nicht, das können wir nur wissen, indem wir das überliefert bekommen von seinen Propheten, s.a.w. beziehungsweise über die authentischen Hadithe. Wenn jemand etwas Neues erfindet in den Gottesdiensten, dann sagt er entweder aus, dass sein Prophet s.a.w. nicht alles übermittelt hat, oder er sagt aus, dass Allah s.a.w. nicht alles gesagt hat, was er gerne hat, was er gerne mag an guten Taten. Deswegen ist es gefährlich, im Bereich der Gottesdienste, in den Ibadat, irgendwas zu erfinden. Weil man sagt praktisch, dass die Religion nicht vollständig ist. Und man muss noch etwas dazu tun, obwohl Allah eben sagte in Suttal Ma'ida, dass er unsere Religion vollendet hat. Die ist vollendet. Allah hat uns schon mitgeteilt, was er mag und was er nicht mag. Dass ihnen Gärten zuteil werden, ist als ihr eigenes Eigentum. Und Gärten steht im Plural mehr als ein Garten. Und das Wort Gärten im Arabisch Jannah bedeutet etwas Überschattendes. Denn Tujanni oder Yujanni bedeutet Yudhil auf Arabisch Überschatten. Und die Lehrten sagen, warum heißt das Paradies eben Jannah? Weil derjenige, der darin läuft, von den Schatten der Bäume überschattet wird. Und es sind, wie gesagt, mehr als ein Garten. Es sind Gärten. Durch eilt von Bächen. Es heißt, dass die Bäche, wie es auch wortwörtlich heißt, unterhalb derer Flüsse strömen, unterhalb dieser Wohnungen fließen. Und Allah weiß, wie gewaltig dieser Garten ist. Und Dinge, die Glauben und Rechtsschaffende Werke tun, diesen werden diese Sache zuteil. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat uns einen Maßstab gegeben, damit wir sehen können, ob wir in unserem Glauben stark sind oder nicht. Und er sagt, Es gibt drei Eigenschaften, wenn sie sich in einem befinden, dann schmeckt man die Süßigkeit des Glaubens. Dann wird einem der Glaube schmackhaft. Und man freut sich, ein gläubiger Mensch zu sein. Er sagte, Die erste Eigenschaft ist, dass man einen Menschen, wenn man ihn mag, nur deswegen mag, weil man ihn für Allah mag. Das heißt, mit anderen Worten, wir mögen an den Mitmenschen, wenn wir sie mögen, mögen wir sie nur deswegen, weil sie bestimmte Sachen tun, die Allah mag. Deswegen. Wenn jemand zum Beispiel von einem Menschen hört, dass er betet und fastet und aufrechtlich ist in der Religion und nicht lügt und mag ihn deswegen, das ist eine Eigenschaft von diesen drei Eigenschaften. Wenn man jemanden mag, weil man von ihm abhängig ist, das ist dann nicht damit gemeint. Die zweite Sache, Das heißt, dass Allah und sein Gesandter dieser Person lieber sind als jeder andere außer diesen beiden. Und was heißt es, dass er lieber ist? Das heißt eben, dass man alles, was sie sagen, wenn man sagt, sie sagen, dann heißt es nicht, dass man Allah und sein Gesandter dieser Stufe stellt, sondern wir behandeln das so, weil Allah sagt im Koran, Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Denn der Gesandte spricht nur das, was ihm übermittelt worden ist. Das ist alles. Wenn wir sagen, wir gehorchen dem Gesandten, das heißt, wir gehorchen Allah. Aber in Wirklichkeit, der Gesandte macht keine eigenen Gesetze. Der Gesandte ist eben ein Gesandter mit einer Botschaft. Und deswegen, wenn man, was bedeutet das also, dass man Allah und seinen Gesandten lieber mag als alles anderen? Eben, dass man, was sie sagen, höher stuft als alles andere. Wenn es zum Beispiel einen Widerspruch gibt zwischen, wenn Allah und sein Gesandter befehlen, dass man irgendwas tun soll, was halal ist, oder sie verbieten einem, was haram ist. Und es steht aber im Konflikt mit irgendeiner Sache in Dunya, und das gibt es sehr, 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 sehr oft, dass der Mensch in Dunya irgendetwas tun möchte, weil er darin Vorteile sieht, aber er weiß, dass in der Religion ist es eigentlich verboten. Zum Beispiel, sagen wir mal, jemand möchte ein Haus bauen und möchte einen Kredit leihen. Er sieht, die Vorteile daraus sind, dass er ein Haus dann hat. Aber gleichzeitig gibt es ein Verbot, dass man Zinsen nimmt von der Bank oder von irgendwelchen anderen Menschen. Und wenn man jetzt das Gebot Allahs darüber stellt, dann mag man Allah und seinen Gesandten lieber als das Leben. Die dritte Sache ist, Das bedeutet, dass es einem lieber wäre, ins Feuer geworfen zu werden, und verbrennen, als dass man zum Unglauben zurückkehrt, nachdem Allah einen davon gerettet hat. Das ist die dritte Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Vers, Jedes Mal, jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, Sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Und da heißt es in einer Auslegung, eben im Tafsir, im Tafsir, das ist eben, was mit zuvor gemeint ist, in diesseits, haben sie auch diese Früchte erhalten und sie sehen ähnlich aus, aber sie schmecken ganz anders und sie sehen doch nicht ganz genauso aus. Der Geschmack ist anders, die Größe ist anders und Allah weiß, was alles anders ist. Denn es ist überliefert, über Ibn Abbas, dass er sagte, Nichts, was im Paradies, nichts, was im Diesseits gibt, gibt es im Paradies, außer den Namen davon. Bäume gibt es, Pesche gibt es, Häuser gibt es, Frauen gibt es, aber das alles ist nicht das Gleiche wie im Diesseits. Und das heißt auch in einer anderen Auslegung, was wir zuvor, das heißt am Anfang bekommen haben. Am Anfang haben sie bestimmte Früchte bekommen, dann bekommen sie nach einer bestimmten Zeit andere Früchte, die so ähnlich sind, aber die viel, viel besser schmecken und so weiter und so weiter. Dort dann. Ja, dort, ja. Ja, nicht hier. Das heißt ja auch in einer Überlieferung, aber ich weiß nicht, wo die steht und wie authentisch sie ist, ist, dass jedes Mal, wenn man aus dem Haus rausgeht und wieder zurückkommt, empfängt einen seine Frau und sagt, du hast ja wieder an Schönheit zugenommen. Jedes Mal. Und umgekehrt natürlich auch. Die Frauen, sagt man zu ihnen dann auch, wenn man Schönheit zugenommen. Und Allah gibt einem, was man wünscht. Und dann sagt er als weitere Frohbotschaft und als Ansporn, dass man ins Paradies kommen möchte. Und darin haben sie, also im Paradies, in diesem Garten, darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen. Erstmal, gereinigte Gattinnen, gemeint vollkommen gereinigt von allen Schmutz, sei es von dem großen Stuhlgang oder von dem kleinen Stuhlgang oder sei es von der Menstruation oder vom Wochenbett. All diese Sachen sind diese Frauen im Paradies gereinigt davon. Sie haben diese Sachen nicht. Es gibt also keine Phasen der Menstruation, wo man mit ihnen nicht verkehren darf. So etwas gibt es alles nicht. Und der Gelehrte sagte auch, weil das natürlich sprachlich gesehen, sprachlich gesehen, Gatte oder Gattin heißt Zawjah. Zawjah. Das Wort Zawjah gibt es eigentlich im Arabischen ursprünglich gar nicht. Sondern der Zawjah des Mannes ist seine Frau. Der Zawjah der Frau ist der Mann. Das ist eigentlich ein Begriff wie das Gegenüberstück oder das Gegenstück oder der Gattin. Das ist damit gemeint, Zawjah. Zawjah ist ein Teil des anderen. Und deswegen sagt der Gelehrte, dass ebenfalls auch Frauen vollkommen gereinigte Männer haben werden. Denn der Begriff Zawjah gilt für Männer und für Frauen. Aber Mutahharah, gereinigt eben, steht hier im weiblichen Korall, weil es um die Menstruation und um das Wochenbett und diese Dinge geht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala wa hum fiha khalidun und ewig werden sie darin bleiben. Al-Khulde auf Arabisch bedeutet entweder, dass man sehr, sehr lange darin bleibt oder dass man ewig darin bleibt. Und bei den Paradiesbewohnern gemeint, dass sie ewig darin bleiben werden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es in anderen Versen klar gemacht, dass sie nicht mehr da rauskommen werden. Und das heißt nämlich auch, im 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 حديث das يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يأهل النار لا موت ولا ويا أهل الجنة لا موت كل هو خالد فيما هو فيه جلعي البخار المسلم und Das heißt, die Paradiesbewohner werden ins Paradies eingehen und die Höllenbewohner werden in die Hölle eingehen. Und dann wird ein Rufer, ein Rufender, ein Muaddin, zwischen diesen beiden stehen und ausrufen, O Bewohner der Hölle, es gibt keinen Tod und O Bewohner des Paradieses, es gibt keinen Tod. Jeder bleibt in dem drin, wo er drin ist. Und es ist in einem anderen Hadith von Ibn Mas'ud, überliefert bei At-Tabari und Al-Hakam. Das heißt, wenn zu den Höllenbewohnern gesagt würde, ihr bleibt so lange in der Hölle, so viele Steine es in dieser Zeit gibt, so lange, also angenommen Jahre oder Tage, so viele Steine gibt es, in dieser gleichen Anzahl bleibt ihr Tage oder Jahre in der Hölle, dann würden die Bewohner der Hölle sich freuen. Und wenn zu den Paradiesbewohnern das Gleiche gesagt werden würde, dann würden sie traurig werden. Und dann sagt Allah SWT im folgenden Vers, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Und in einem Hadith heißt es, dass Allah SWT auch schamvoll ist, ist eine Eigenschaft von ihm, eine Ziffer. Und zwar heißt es im Hadith, Das heißt, Allah SWT ist schamvoll und großzügig. Er schämt sich, dass sein Diener zu ihm seine Hände hochstreckt und ihm etwas bittet und sagt, Oh Herr, also gib mir, oh Herr, gib mir. Und dann, dass die Hände des Dieners zurückgehen, runtergehen, ohne dass er irgendwas reingelegt hat. Das bedeutet, Und gemeint ist damit derjenige, der die Voraussetzung erfüllt hat, des Duas. Denn Allah SWT macht uns klar im Koran und auch der Prophet SAW mit der Sunna, dass nicht jeder Mensch unbedingt sein Gebet erhört werden muss. Denn man muss erstmal die eigenen Bedingungen erfüllen. Und der Prophet SAW hat uns Sachen erwähnt im Koran, in der Sunna, die, wenn wir sie tun, sind sie ein Hindernis oder können sie ein Hindernis sein, dass das Gebet nicht erhört wird. Und wie wir wissen, gehört dazu eben das verbotene Essen und das verbotene Trinken, dass man das zu sich nimmt. Dieser Vers hat einen Offenbarungsgrund, warum sagt Allah SWT, Allah schämt sich nicht ein Gleichnis, auch nur mit einer Mücke, um etwas darüber hinaus zu prägen. Weil Vielleicht noch eine Sache, ja, zu dem Paradies. Und zwar ist überliefert worden in einem Hadith, dass die Menschen im Alter von 33 Jahren ins Paradies eintreten werden. Und Allah SWT hat nämlich als Antwort gesagt, dass er sich nicht schämt, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder etwas hinaus zu prägen, weil die Mekka oder die Medinenser, besser gesagt, nachdem sie diese Gleichnisse gehört haben vom Feuer und vom Wasser, dieses feurige und wässrige Gleichnis, als sie es gehört haben, und auch das Gleichnis von Surat Al-Hajj, wo Allah SWT uns ein Gleichnis bringt, das Gleichnis einer Mücke. Er sagt ja im Surat Al-Hajj, im ganzen Ende des Surat Al-Hajj, O ihr Menschen, ein Gleichnis wird euch angeführt, so hört drauf, gewiss diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, werden nicht einmal eine Fliege erschaffen können, auch wenn sie sich dafür zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, könnten sie es ihr nicht entreißen. Schwach ist ja derjenige, der er sucht, und derjenige, der er sucht wird. Und dieses Gleichnis, und das gleiche Gleichnis vom, das feurige Gleichnis, und das wässrige Gleichnis, haben die Nicht-Muslime ins Lächerliche gezogen, haben gesagt, Allah SWT ist weit erhaben darüber, dass er uns Gleichnisse von Mücken und Wasser bringt, und Feuer. Und dann sagt Allah eben als Antwort, er schäumt sich nicht, so etwas zu tun. Denn für Allah SWT, für ihn alles sind seine Diener. Es gibt keinen Grund, für ihn ein Gleichnis eines Menschen, nur zu bringen, zu dürfen, oder eines Engels, sondern alles sind seine Diener, alles läuft zu seinem Befehl. Er hat über alle gleich viel Macht, nämlich die vollkommene Macht. Dieser Vers kann man aber auch wie folgt lesen, also man liest es im Allgemeinen, inna allaha la yastahyi an yadriba mathalam ma. Das heißt, Allah schämt sich nicht, überhaupt irgendein Gleichnis zu prägen, irgendeins. Und dann sagt es, ba'udatan famafuqa. Sei es eine Mücke oder etwas darüber hinaus. Und über etwas darüber hinaus hat Al-Qisai gesagt, einer der berühmten, gelehrten der Arabischen Sprache, bedeutet hier, und Allah weiß natürlich am besten, darüber hinaus, eine Kleinigkeit. Nicht eine Größe, sondern eine Kleinigkeit, noch kleiner als eine Mücke, würde Allah SWT sich nicht schämen, so etwas zu machen. Also ein Gleichnis zu prägen. Das wäre die eine Möglichkeit, diesen Vers zu lesen. Die andere Möglichkeit, diesen Vers zu lesen, wäre, inna allaha la yastahyi an yadriba mathalam. Also Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis zu prägen. Und dann, ma ba'udatan famafuqaha. Als Frage. Was ist schon eine Mücke und was darüber hinaus ist? Für ihn gar nichts. Diese beiden Möglichkeiten kann man im Arabischen lesen, wenn man berichtig betont und stehen bleibt. Und der Grundsatz ist, solange es nicht eine falsche Aussage bringt, kann man beide Sachen verstehen und beide Sachen so lesen. Es gibt die gleiche, diese Art von stehenbleiben, weiterlesen, das gibt es mehrmals im Koran. Zum Beispiel die Stelle in Surah Al-Nisa. وَبِقُفْلِهِمْ وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Also die übersetzt, ich übersetze es jetzt in zwei Versionen, das ist ja die Sache. Die eine Version, die bekanntere, unter den Menschen nehme ich mal an, ist, und wegen ihrer Ermordung und wegen ihrer Aussage, wir haben den Messias, den Isa, den Sohn der Maria umgebracht, den Gesandten Allahs. Und die andere Aussage, und dann heißt es, sie haben ihn weder umgebracht, noch haben sie ihn gekreuzigt, sondern es wurde ihnen nur vorgetäuscht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, das heißt, die Kuffare sagen, wir haben den Messias, wir haben Isa, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs umgebracht. Das heißt, das heißt, die Zins ist lächerlicher. Sie erkennen ja gar nicht an, dass er der Gesandte Allahs ist, die Juden, die erkennen ja gar nicht an. Sie haben ja trotzdem, obwohl sie ihn nicht umgebracht haben, behaupten sie ihn umgebracht zu haben und das reicht als Sünde. Das reicht als Sünde, denn wir wissen ja, dass die Juden versucht haben, viele Propheten umzubringen, sogar unsere eigenen Propheten haben sie versucht umzubringen. Und die andere Möglichkeit zu übersetzen wäre, Das heißt also, und wegen ihrer Aussage, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, umgebracht. Punkt. Und dann ist Rasulallah von Allahs Aussage. Das heißt, meint ihr etwa den Gesandten Allahs, Rasulallah, und dann sagt Allah, sie haben ihn weder umgebracht, noch haben sie ihn gekreuzigt. Und das ist hier auch eine Möglichkeit, beides daraus zu verstehen. War das klar, deutlich? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was nur diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Diejenigen, die Wissen haben und erkennen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Die wissen das. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, und das ist allgemein gehalten, es geht nicht nur um diejenigen, die jetzt dieses Gleichnis ins Gleiche gezogen haben, sondern es geht auch um allgemein um alle Ungläubigen. Was diejenigen aber, die Ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Was will er denn damit sagen? Sie denken ja gar nicht darüber nach im Koran. Und leider auch viele Muslime denken nicht über die Gleichnisse nach dem Koran. Und dann sagt Allah als Antwort auf diese Frage, er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit Recht. Das Gleichnis ist also dafür da, um zu klären und tatsächlich Leute in die Irre zu leiten, die in die Irre geleitet werden sollen und Leute Recht zu leiten, damit sie verstehen und Allahs Aussage verstehen. Und manche Leute haben gesagt, dass diese Aussage er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet damit viele Recht von den Ungläubigen sind, aber das stimmt nicht, weil die Ungläubigen erkennen ja nicht an, dass es im Koran Rechtsleitung gibt. Doch er lässt damit nur die Freveler in die Irre gehen. So seien wir davor gewarnt, davor zu freveln. Denn wie wir auch merken, ist es so, dass wenn die Nichtmuslime den Islam angreifen wollen oder die Muslime, dann machen sie einfach folgendes. Sie bringen das Volk dazu, Freveler zu werden. Also Fisq, Fasq, dass sie Freveler werden. Denn wenn man einmal in den Frevelen, in den Sünden versunken ist und ertrunken ist, kommt man sehr, sehr schwer wieder raus. Und was machen sie dann daraus? Sie machen eben Sachen wie redet schlecht über die Gelehrten. Sachen wie dieser Gelehrte, der hat einen diesen Fehler gemacht, das ist kein Gelehrter. Oder der hat ein Aqida-Problem. Deswegen nehmen wir über ihn gar nichts mehr an. Oder zum Beispiel die Frauen dieses total komplette Verschleiern auch noch Gesicht, das ist doch Mittelalter. Solche Gedanken bringen sie in die Köpfe der Leute rein, obwohl diese Gesetze klar und deutlich im Koran ausführlich dargelegt sind. Sie wollen praktisch uns unterläufig, unterbewusst unsere Gedanken beeinflussen. Und wenn man dann schon so eine Ansicht hat, dass die Gelehrten, wenn man über die Gelehrten schlecht denkt, die die Belieferer der Religion sind, dann zerstört man die ganze Religion an sich. Im Grunde genommen zerstört man seine eigene Religion, keine Frage. Aber die Gelehrten sind diejenigen, es gibt Leute, sie haben auch kein Vertrauen mehr an diese Menschen. Es gibt Leute, die sobald sie jemanden sehen, der einen Bart hat, dann empfinden sie schon einen Hass gegen diese Menschen. Das gibt es schon. Und davon gibt es genug. Oder dass sie die Menschen dazu bringen, die Muslime einzuteilen, ohne Grund. Es gibt Gründe, wo man Menschen einteilen kann, wie zum Beispiel im Fiqh gibt es Schulen, das ist eine logische Einteilung. Oder die Einteilung von Sekten im Islam ist eine logische Einteilung. Die ist zwanghaft, weil die Menschen verschiedene Glauben haben. Aber so Einteilungen wie extreme Muslime, weniger extreme Muslime, offene Muslime, Zune Muslime und so ein Quatsch, das ist alles eine Einteilung, um die Muslime zu spalten, sonst gar nichts. Und es reicht schon, jeder weiß das, es reicht schon, wenn man unter seinen Freunden ist und man kennt irgendeine andere Gemeinschaft nicht, eine andere Moschee nicht und dann sagt einer zu einem, sagt ihm, passt auf, die dort hinten, das sind alles, die sind sehr extrem. Dann hat man schon den ersten Eindruck erhalten. Oder man hat von ihnen, die nehmen die Sünder nicht zu ernst. Dann hat man schon innere Abneigung und man wird wahrscheinlich nicht einmal dahin gehen in die Moschee, um zu gucken, ob was sie überhaupt sagen. Um zu gucken, was sie überhaupt sagen. Es gibt eine schöne Erzählung, ich weiß nicht, ob ihr Ahmad Didat kennt, möge Allah ihn belohnen für das, was er für den Islam mit den Muslimen getan hat. in einer Podiumsdiskussion, da kam einer, der zum Islam konvertiert ist, ein Amerikaner und hat gesprochen darüber, dass als er Christ war, ich glaube, er war Protestant, hat er so viel Schlechtes gehört über Ahmad Didat und dass er aggressiv ist und dass er das Christentum, dass er die Christen verletzt in ihrem Glauben und lügt und so weiter, bis er einfach gesagt hat, Moment mal, ich will mit diesem Mann mal selbst, ich will mit diesem Mann reden, direkt. Er hat den Islam angenommen durch seine Hände, durch das, was er gesagt hat, weil er den Mann nicht einfach kennengelernt hat und es war einfach eine Lüge, was die Leute gesagt haben. Natürlich, wenn ich klar mache, dass das Christentum eine Bid'a ist, die ganze Religion ist eine Bid'a, natürlich findet man sich dann angegriffen als Anhänger der Religion, aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist, was die Person sagt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag Allah ja. Jetzt sehen wir wieder. Darf ich kurz aufheben, Leute? Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Ja, morgens? Ja, kannst du, ja. Ähm, 10? Doch, wollte ich ja. Ja, reicht eine Stunde? Reicht eine Stunde? Ja, gut, dann bin ich um 10 bei dir. Okay? Okay, wunderbar. Nee, nee. 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 Ja, nee, nee. Ja. Ja, nicht so spät, aber um 10 ist gut morgen. Ja, kannst du mich auch um 9 anrufen. Kannst du mich auch um 9 mal anrufen. Ja. Ja, ja. Ja, am besten noch mal anrufen. Ja. Okay. Okay, tschüss. Ja, gute Nacht. Nein, nein, nein. Tschüss. 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 Also, dass der Sinn des Gleichens ist, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, klar macht, was er von uns verlangt. Und er lässt dadurch viele Menschen die Irre gehen und leitet damit viel Recht, doch nur lässt er diejenigen, die Irre gehen, die freveln. Und dann beschreibt er die Freveler noch einmal und sagt, was meint er mit dem Freveln? Was ist der Frevel? Das hier gemeint, wie Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat. Was brechen sie? Welche Abmachung brechen sie? Die Antwort auf diese Frage finden wir in Surat Al-A'raf auf Seite 173. Das ist das große Abkommen, der große Vertrag, den die Menschheit eingegangen ist, bevor sie auf dieser Erde war, in dem Allah sagt, und als dein Herr aus den Kindern Adams, im Vers 172, Surat Al-A'raf, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch sofort Allah Teilhaber zu, und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? Also der entscheidende Ausdruck ist hier, Al-A'raf, das ist Nummer 7. Nummer 7. Ayah 172. Also das Abkommen, Allah hat von den Kindern Adams das Abkommen genommen, er hat ihnen gesagt, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Das haben sie versprochen. Und diesen Vertrag brechen diese Frevler, indem sie Allah eben nicht mehr als Herr anerkennen, oder indem sie Allah beiseitesetzen, beiseite gesellen. Und trennen, was Allah befohlen hat, darüber gibt es mehrere Sachen. Also entweder, es wird gesagt, was trennen sie, was Allah befohlen hat, zu verbinden, und zwar die Verwandtschaftswande zum Beispiel. Hat Allah befohlen, dass man sie verbindet, und die Menschen trennen es. Das ist ein Frevel. Oder allgemeiner wurde gesagt, dass man die Aussage, die man getan hat, verbindet mit der Tat. Man hat den Vertrag eingegangen, den man bezeugt hat, und jetzt soll man es auch in die Tat umsetzen, diese Verbindung. Und manche haben gesagt, denn sie haben an die Propheten alle vorher geglaubt, die Juden, alle vorher geglaubt, in Anführungsstrichen. Natürlich, in Wirklichkeit sind sie ungläubig gegen allen über. Und sie sollen eben diesen Propheten, s.a.w., noch hinzufügen, ihn verbinden mit den anderen Propheten, ihren Glauben dadurch vervollständigen. Das ist auch eine Sache, die sie getrennt haben, obwohl Allah s.w.t. angeordnet hat, dass es verbunden werden soll. Und die auf der Erde Unheil stiften, Unheil stiften haben wir gesagt, durch Kufr, durch Fusuk, durch die Maasi, also durch Unglauben, durch Frevel, durch Ungehorsamkeit, Allah und seinem Gesandten gegenüber, das ist Unheil stiften auf Erden. Allah und seinem Gesandten gegenüber, ungehorsam zu sein. Und dann sagt er, das sind die Verlierer, das heißt, das sind die Bewohner der Hölle. Und Allah s.w.t. sagt uns, wer die wahren Verlierer sind, auf Seite 460, ich gehe immer aus von dem Koran-Druck in Medina-Munawwara, in Seite 460, in Surat al-Zumar, sagt uns Allah s.w.t. im 15. Vers, Also sprich, die wahren Verlierer, die richtigen Verlierer, sind nicht diejenigen, also ich will sagen, es sind nicht diejenigen, die meinetwegen Geld verloren haben, oder ein Haus verloren haben, oder ein Kind verloren haben, oder eine Frau verloren haben, oder einen Beruf oder sowas, sondern sprich, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst und ihre Familien am Tag der Auferstehung verlieren. sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Das ist die deutliche Niederlage. Sich selbst und die Familien. Weil die Familien in einen Weg gehen und er geht selbst in einen anderen Weg. Das ist der wahre Verlust. Denn in dieser Zeit kann man sich da verlieren, aber es ist nur bis zum Tod. Dann findet man sich vielleicht wieder. Das ist der Wahre. Das ist der Wahre. Das ist der Wahre. Das ist der Wahre. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhi